Ich möchte Ihnen etwas über die Parkinson-Erkrankung erzählen, und zwar über die Ursachen der Erkrankung, über die Diagnostik, die Symptome und auch die Schwierigkeiten der Behandlung und auch über die Schwierigkeiten zur Diagnosefindung tatsächlich. Ich denke, die Parkinson-Erkrankung bleibt eine klinische Diagnose, das heißt, sie wird nach dem Untersuchungsbefund gestellt, den der Neurologe findet. Es gibt sehr aufwendige weitere Zusatzdiagnostiken. Damit meine ich nicht einfach nur eine Kernspintomographie des Kopfes, sondern es gibt darüber hinaus auch Spezialuntersuchungen, wo bestimmte Substanzen gespritzt werden und dann genau die Hirnregionen untersucht werden, die betroffen sind von der Parkinson-Erkrankung. Welche das sind, erzähle ich Ihnen später. Sondern ich meine, die sogenannte DATS-Gen-Untersuchung, die kann sehr irreführend sein. Nach meiner Erfahrung gibt es dort leider auch falsch positive Befunde. Das heißt, es wird die Diagnose Parkinson gestellt, obwohl der Patient tatsächlich gar keinen Parkinson hat, nach klinischem Aspekt. Tatsächlich gehen aus noch unbekannten Gründen Sterben-Nervenzellen im sogenannten Mittelhirn des Gehirns ab. Das sind die sogenannten Dopamin-produzierenden Nervenzellen. Dopamin ist ein Botenstoff, der wichtig ist so für die Koordination, für die Flüssigkeit der Bewegung und überhaupt für die Steuerung der Bewegung. Das hat letztlich nichts mit einer Lähmung zu tun, nur mit einem Schlaganfall, sondern es ist wichtig, damit der Mensch sich normal flüssig bewegen kann. Darüber hinaus, wie Sie auch wissen, gibt es natürlich das typische Zittern beim Parkinson, was bei jedem Patienten vollkommen anders ausgeprägt sein kann. Entweder man hat gar kein Zittern oder man hat sehr starkes Zittern oder es kommt später oder zu Beginn der Erkrankung. Das sind unterschiedliche Verlaufsformen. Wenn der Parkinson schon fortgeschritten wird, ist es so für den erfahrenen Neurologen fast eine Blickdiagnose. Das heißt, der Patient geht sehr langsam, kleinschrittig, vielleicht auch ein bisschen nach vorn übergebeugt. Wichtig auch das fehlende Arm pendeln. Wenn das noch nicht so weit fortgeschritten ist, dann ist auch wichtig, wie schnell man die Hand zum Beispiel so nach hin und her drehen kann, wenn der Patient gebeten wird, dies zu tun. Das ist auch ein wichtiges Indiz. Auch wird der ganze Eindruck vom Patienten so eingebunden. Das heißt, er hat keine Mimik mehr richtig, guckt relativ starr, lächelt nicht richtig und man hat schon den Eindruck, dass die Motorik dort nicht in Ordnung ist. Sagte bereits Kernspintomographie des Kopfes, dies ist natürlich wichtig. Das muss man einmal durchführen lassen, um zu sehen, wie das Gehirn prinzipiell aussieht, ob es dort zum Beispiel auch schwere Mikroverkalkungen im Gehirn gibt. Dies kann gerade im höherem Lebensalter zu einem sekundären Parkinson führen. Also nicht so der echte Parkinson, der behandelt wird mit den bestimmten Medikamenten, sondern ein sekundärer Parkinson, der so aussieht nach klinischem Untersuchungsbefund wie der typische normale Parkinson, der aber letztendlich gar keine ganz andere Ursachen hat. Das heißt, bei dem sogenannten vaskulären Parkinsonoid, also ein Syndrom einer allgemeinen Verkalkung des Gehirns, der ganz kleinen Arterien in der Mitte des Gehirns, der kann auch so ein Parkinson, eine Symptomatik wie beim Parkinson, herbeiführen. Der Parkinson ist sehr häufig, deswegen wird natürlich auch wahnsinnig viel geforscht, sehr schwierig herauszubekommen. Man konzentriert sich so mindestens die letzten 20 Jahre nur noch auf die Gene praktisch, weil man natürlich die Gene vermutet, dass man vermutet einen Gendefekt, der dafür verantwortlich ist, dass diese Nervenzellen einfach absterben. Die Parkinson-Erkrankung ist bis jetzt nicht als klassische Erbkrankheit bekannt. Es gibt ja bestimmte Erkrankungen, wo man sagt, okay, die Erkrankung liegt vor und die Kinder des Patienten haben so die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie auch den Parkinson bekommen. Das sieht beim Parkinson sicherlich nicht vor. Es gibt so ganz seltene Fälle, wo auch ein genetischer Erbgang beschrieben ist, das ist aber so selten, dass ich hier nicht weiter darauf eingehen möchte. Das heißt aber nicht, dass wahrscheinlich natürlich trotzdem die Gene dafür verantwortlich sind, wie bei sehr vielen, fast vielleicht allen möglichen Erkrankungen auch. Und man spricht dann von einer Disposition, das heißt eine ungünstige Konstellation der Gene kann und dabei bei anderen Faktoren dazu beitragen, dass dann plötzlich doch der Parkinson ausbricht. Welche anderen Faktoren das sind, können vielleicht Umweltfaktoren sein, das ist natürlich auch sehr schwierig herauszubekommen. Welche das denn nun sein soll, da wurde immer wieder diskutiert und überlegt, welche das sein können. Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel eine ungünstige Genkonstellation vorliegt und dann zufällig eine Spontanmutation eintritt während des Lebens, die dann den Parkinson zum Ausbrechen bringt. Zur Therapie, Goldstandard ist weiterhin die medikamentöse Therapie und da gibt es letztendlich gar nicht so viele Medikamente. Das begrenzt sich letztlich auf zwei oder drei, vier Wirkstoffe, die in der Routine eingesetzt werden. Goldstandard ist und bleibt das Levodopa. Man hat früher gesagt, okay, weil Levodopa in der langfristigen Behandlung Schwierigkeiten machen kann, wenn der Patient immer älter wird, ich meine mit älter meine ich so nach 20 Jahren vielleicht, dass man dann nicht sofort Levodopa einsetzt, wenn der Patient vielleicht erst 60 Jahre alt ist, sondern erst später. Und dass man vorher andere Medikamente gibt, die sogenannten Dopamin-Agonisten, das heißt, das sind Präparate, die besetzen die gleichen Rezeptoren im Gehirn, sehen aber vom Molekül her anders aus. Und da ist man so ein bisschen von abgekommen. Das heißt, wenn auch schon ein 60-jähriger Patient einen Parkinson hat, dann ist es ja wichtig, dass der vernünftig behandelt wird. Und wenn die anderen Medikamente nicht gut wirken, spricht nach heutigem Stand auch nichts dagegen, zum Beispiel einen Musiker, der davon abhängt, dass er Gitarre spielen kann, dass er noch eine Lebensqualität hat, auch schon von vornherein Levodopa zu geben. Levodopa selbst ist eine Vorstufe des eigentlichen Dopamins. Es gibt ja sogar den Spielfilm mit Robert De Niro mit Zeit des Erwachens, der sehr gut erklärt, wie man eigentlich dazu gekommen ist, dass Dopamin nun tatsächlich beim Parkinson wirkt. Das ist ja genau der Botenstoff, der uns fehlt. Wenn diese Dopaminproduzierenden Zellen absterben. Das heißt, es liegt nahe, genau diesen fehlenden Botenstoff in Tablettenform aufzunehmen. Das ist nicht so ganz leicht, weil es ja auch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke gibt. Das heißt, es geht da nicht um den Blutspiegel des Medikamentes, also wie viel Präparat im Blut angekommen ist, sondern das muss ja auch im Gehirn ankommen. Und da trickst das Gehirn so ein bisschen rum. Das kann man aber umgehen, indem man die Vorstufe gibt und das Dopamin dann erst letztlich im Gehirn produziert wird. Das Dopamin funktioniert sehr gut bei der Behandlung. Eigentlich egal, bei welchem Alter. Gerade bei jungen Patienten in der Anfangsphase kann das also einen ganz tollen Effekt haben. Das muss es ja auch. Das ist nur die einzige Therapie, die wir haben. Und die Schwierigkeiten können dann aus ganz komplizierten chemischen Gründen am Ende der Behandlung, also wenn der Patient vielleicht 80, 70 Jahre alt ist, kompliziert werden, weil es dann zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt. Das ist immer so ein Balance-Spiel zwischen Überbeweglichkeit und Unterbeweglichkeit. Warum das so schwierig ist, das weiß man mittlerweile relativ genau. Es gibt auch andere Medikamente, die das dann verzögern sollen, diesen Prozess. Das sind sogenannte Wirkverstärker, die man eigentlich so nach heutigem Stand von Anfang an geben kann. Man hat die so ein bisschen reserviert für die älteren Patienten, wenn es denn schon der Fall ist. Aber es spricht eigentlich nichts dagegen, die auch schon von Anfang an einzusetzen. Ich sehe persönlich auch kein Problem, den Patienten von Anfang an vernünftig einzustellen. Das heißt also nicht mit der Dosierung zu sehr zu sparen. Wichtig ist ja, dass die Lebensqualität erhalten bleibt. Wie sich der Erkrankungsverlauf entwickelt, wissen wir sowieso nicht später. Niemand kann 20 Jahre sehen, wie die Erkrankung dann aussieht. Und ich denke, es ist wichtig, dass der Patient von vornherein vernünftig behandelt wird mit einer vernünftigen Dosierung. Man kann die Präparate auch kombinieren natürlich, also Levodopa plus den Argonisten. Es gibt da auch ein Pflaster, was also auch so ein Argonist ist. Das ist also auch praktisch. Ist natürlich letztendlich eigentlich auch nur dafür gedacht, das geht um die Resorption des Magens. Einen großen Unterschied macht das eigentlich auch nicht. Prinzipiell ist die Beweglichkeit mit dem Levodopa sehr gut zu behandeln. Eigentlich, was nach klinischer Erfahrung sehr schwierig zu behandeln ist, ist, dass wenn ein sehr starker Tremor, also ein sehr starkes Zittern vorliegt, dann ist nach meiner Erfahrung das sehr schwierig zu behandeln mit dem Levodopa. Die Beweglichkeit insgesamt wird besser, denn Tremor ist praktisch damit mit den Medikamenten nur ganz schwierig zu beeinflussen. Gerade in höherem Lebensalter können die sogenannten Argonisten der Parkinson-Therapie, also die Medikamente, die so tun, als ob sie Dopamin wären, auch Schwierigkeiten machen. Es kann zum Beispiel zu Halluzinationen kommen, zu stärkeren Nebenwirkungen wie Schwindel oder sonstigen Begleiterscheinungen. Sollte dies der Fall sein, müsste man diese Präparate dann absetzen und nur noch mit Levodopa allein weiter behandeln. Im fortgeschrittenen Stadium, also wenn der Patient in der Regel sehr viel älter ist und die Behandlung so mit Medikamenten extrem schwierig wird, das heißt also ein ständiges Wechselspiel zwischen Unterbeweglichkeit und Überbeweglichkeit besteht oder wenn das praktisch überhaupt nicht mehr mit Medikamenten in den Griff zu bekommen ist, gibt es noch die sogenannte Tiefenhirnstimulation. Eine sehr gute Möglichkeit, die dort erfunden worden ist, den Patienten zu helfen. Natürlich auch sehr aufwendig, also eine echte Hirnoperation. Sie finden da sehr viele Videos zu, wie toll das letztendlich wirkt, aber das ist mit Sicherheit nicht für jeden Patienten geeignet, weil es eigentlich auch nicht notwendig ist. Also mit Sicherheit keine Standardtherapie, die irgendwie heilt oder die jedem Patienten sofort angedacht wird, sondern ist nur für ganz seltene Fälle reserviert. Gerade im fortgeschrittenen Stadium ist natürlich auch die Krankengymnastik eine entscheidende Säule der Therapie. So jüngere Patienten, die jetzt noch relativ gut beweglich sind, können natürlich auch profitieren, aber man muss sich auch mal fragen, was der Krankentherapeut dann auch mit dem Patienten machen soll. Also mehr als das Laufen üben können die ja auch nicht machen, aber so im fortgeschrittenen Stadium, wenn also die Symptomatik hochgradig ist und der Patient extrem beeinträchtigt ist, ist das extrem. Außerdem ist es sehr wichtig, dort auch Physiotherapie durchzuführen. Also geht es sehr glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020